Oh mein Gott, wir sind so langsam im Wasser, Leute. Oh nee, ich hab's schon wieder nicht geschafft. Oh, ich hab jetzt den Ultra-Lag, ich hab den Lag des Todes gerade. Hi, ich. Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable Online mit unserer Blackie. Hi. Hi. Und ja, heute haben wir ein, ich glaub, ultra kurzes Video für euch, denn ich glaube, wir bekommen jetzt das Rennen und ich wollte das Rennen einfach ausgrenzen von den anderen Videos, dass ihr euch das Rennen angucken könnt, wie es funktioniert, falls ihr einfach gerade im Urlaub seid oder so und dann nicht ein komplettes Video anschauen müsst. Hey, du musst wissen, was für ein Goldstück du bist. Ein echter Schatz. Ohne deine Hilfe. Du weißt schon. Und ich hab's versprochen und das wird auch nicht gebrochen. Du darfst die Erste sein, die beim Fortpinter Strandrennen mitmacht. Yay. Yay. Also los, zeig, was du kannst. So, ich krieg. Daily steht, also, Schnauzen, Hufen und Ohren bereit. Das ist so lustig. Nur das steht da. Naja, davor kommt noch was, aber. Aber das ist ja voll süß. So, okay. Bist du da? Bist du da? War klar. Jo, jetzt bin ich da. Drei, zwei, eins, go. Und wir reiten in 2018 das allererste Mal das Strandrennen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Oh nein, 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 nein. Schrei kann frennen. Nein, nein. Scheiße. What? Es hat, also ich hab's nicht im Griff. Es tut mir leid, Leute. Ich bin, ähm. Vielleicht wird's Video doch länger, wenn du nochmal von vorne leidst. Das ist Karma. Jetzt bin ich falsch rum durch die Scheißmann. Das ist Karma, weil du gesagt hast, dass ich's nicht, oh mein Gott, dass ich's nicht schaffen werde. Ui, ich hab's geschafft. Bis jetzt. Los geht's, los geht's. Oh mein Gott, wir sind so langsam im Wasser, Leute. Oh nein, ich hab's schon wieder nicht geschafft. Oh, ich hab jetzt den Ultraleck. Ich hab den Leck des Todes gerade. Heinrichs. Blacky, ich hab den Leck des Todes gerade. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß nicht. Aber ich hab's voll im Griff. Also rechts runterfallen ist nicht so schlimm. Da wirst du irgendwann wieder zurückgesetzt. Rechts runterfallen wäre Katastrophe. Wo muss ich hin? Ah, da hoch. Muss ich nochmal hoch? Oh nein! Ja, nochmal ganz hoch. Oh, scheiße. Aber ich bin ja gerade erst hier beim Anfang noch. Und jetzt, und jetzt sprengen. Yay, wir haben's Rennen beendet. Juhu. Ja, und äh, ähm. Ich sag ja Karma. Da rennen wir. Seht ihr uns? Ach, wir haben so viel Spaß bei dem Strand-Event. Schreibt's uns mal in die Kommentare. Habt ihr auch so viel Spaß beim Strand-Event wie wir? Liebes kleines Far Cry, würdest du bitte etwas schneller laufen? Ja, ja. Und zu mir sagen, dass ich's nicht schaffe, ne? Ja, ja. Ja. What? Du bist echt talentiert. Ja, ich bin voll talentiert. Oh, es geht weiter mit den Quests. Peace. Alles easy. Jetzt sieh ich deren Ernst, oder? Eine Fahne und ich bin schon wieder runtergekommen. So, Chaos-Folge Nummer 3, meine Damen und Herren. Chaos-Folge Nummer 3. Ich glaub, ich hab keinen Bock mehr. Ach, Bleki, du kannst es schaffen. Also, hey. Nein. Welchen Lauf du da hingelegt hast. Wie von der wilden Möwe gestochen. Fantastisch. Mädchen, als Dank für deine Hilfe hab ich was für dich. Kleines Geschenk. Du bist doch ein Goldstück. Nein, nein. Kein neuer Drink. Viel, viel besser. Uh, wir kriegen ein Kleid. Das ist jetzt Versuch Nummer 5. Also, Bleki, jetzt kannst du gleich warten, bis ich das Rennen dann als Daily hab. Versuch Nummer 6. Wann merk ich jetzt echt? Jetzt hab ich kein Bock. Jetzt funktioniert gar nichts mehr. Oh mein Gott, Bleki. Bitteschön, gern geschehen. Ich hoffe, es gefällt dir, das Geschenk. Wenn es Jumpy werte, hätte es noch schöner. So, wo ist es denn? So, das ist unser Kleid. Das ist das Kleid zu der Hose. Oh. Echt? Ja. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Oh mein Gott. Leute, Leute, Moment. Ich breche ganz kurz die Dailies ab. Es tut mir leid. Wir müssen ganz kurz zum Shop rennen. Leute, das ist das Kleid zu der Hose. Wir haben uns nämlich gefragt. Ja, natürlich. Das ist das Kleid zu der Hose, Bleki. Ja, Sandy, jetzt brauchen wir die Hose doch, ne? Ach, komm, das ist doch nicht euer Ernst. Ja, und die Schuhe eigentlich auch, ne? Weil die passen ja dazu. Ich würde es sowieso haben. Aber das ist ja alles nicht jumpy-tauglich. Und dann war ich dafür. So, also wir haben auf jeden Fall jetzt unser neues Kleid. Ach so, ich kann hier nicht durch. Wir haben auf jeden Fall unser neues Kleid an. Und machen jetzt, das Video ist doch nicht so kurz, Leute. Weil wir machen nämlich jetzt noch die Dailies, hätte ich gesagt, oder? Ähm, ja, Bleki. Aber Sandy ist mal die letzte Fahne. Und ich bin dann, da musste ich doch noch durchreiten. Und das hat nicht mehr gezählt. Weil ich immer so, du armes Kind, du armes Kind. Und dann machst du erst die anderen. Ich mach das so, wir machen, komm, wir machen noch mal das Rennen, weil es so lustig war. Drei, zwei, eins, go! Vielleicht motiviert mich das ja. Komm, wir schaffen das jetzt, Bleki. Da musst du langsam drum. Langsam, langsam, langsam. Und dann, oh nein, jetzt bin ich runter. Nein, oh Gott, fast. Leute, habt ihr gesehen, ich werde beinah runtergefallen. Aber ich hab's noch geschafft. Aha, aber das hat noch gezählt, obwohl ich runtergefallen bin. Ich bin nur viel zu früh runtergefallen. Also, wie ich hab das jetzt? Warum fällst du denn immer runter? Ja, so gestern lief das besser mit dem Rennen. So, Leute, wir schaffen dieses Rennen auch am zweites Mal. Wir machen jetzt hier eine Höchstleistung, passt auf. Ja, leider hast du ja keine Highscoreboards. Nee, aber hier so eigene Höchstleistung. Ja, 1,4 ist meine Höchstleistung mit einem Level 3 Scheier. Also, das sollte schlagbar sein. Theoretisch. Oh nein, jetzt bin ich da. Oh nein, das wird keine Höchstleistung, weil ich komm da nicht mehr hoch jetzt. Ach doch, nein. Ja, dann schwimmen, dann wirst du zurückgesetzt. Ja, das Problem ist, ich hab nur noch drei Sekunden. Oh nein, ich hab verloren. Okay, neu beginnen. Oha, wieso? Reitest du auch gerade nochmal? Ach nee, du hast es geschafft. Ich muss nochmal neu beginnen. Oh nein, nein. Ach, man muss ja auch noch... Oh, ich hab's geschafft. 1,14 ist zwar fast peinlich, die Zeit, aber... Jetzt bin ich auch runtergefallen, aber ich hab's geschafft. Oh, um Gottes Willen. Meine Güte. Aber jetzt bloß nicht vergessen, abzugeben. Aber es ist einfach so lustig. Aha. Ich bin geschafft. Ich bin fertig mit dem Hütz. Und dann kommt von Tim der Kommentar. What? Was für ein Tempo. Äh, nicht wirklich. Ja, geil. Oh mein Gott, wir sind so langsam. Ähm, so, jetzt muss ich aber... Dieses Mal muss ich aber den Steg treffen irgendwie. Ja, weil wir zu schnell dran sind immer. So, jetzt aber. Los geht's. Los geht's. Schneller. Komm, Respy, du kannst es schaffen. Hui. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Es wird uns die ganze Nation auslachen, weil wir zu dumm sind für dieses Rennen. Oh Gott, ich hab's trotzdem noch geschafft. Ich bin runtergefallen, hab's trotzdem noch geschafft. 1,16. Oh Gott. Äh, Leute. Das war's nicht. Aber du hast endlich zu zählen. Das ist dann immer so ärgerlich, ne? Ich bin runtergefallen, aber es hat trotzdem gezählt, Gott sei Dank. Oh, das ist... Da hast du Glück gehabt. Ach, du musst jetzt noch die Dailies machen, ne? Wo bist du hin? Ich bin, ich komm hier hinter, bei Tim wieder, bin ich jetzt gleich. Ach so. So, was muss ich alles machen? Hab ich da Lust dazu? Palme. Hast du da Lust dazu? Keine Pferde auf der Tanzfläche. So, okay, dann. Das ist Diskriminierung. Die Pferde dürfen auch tanzen. Was? Ich muss falten. Dann muss ich Badetücher. Drinks mixen. Ähm, was willst du noch? Drinks mixen. Ach so, das ist wieder mit den Anweisungen. Ah ja, das hab ich jetzt verkackt. Ich hab nämlich alles schon angenommen gehabt. Nein, jetzt falte ich stattdessen. Oh. Oh, Sandy. Oh, Sandy. Jetzt falte ich stattdessen. Ach Gott, das ist doch... Schon wieder? Ja. Oder einfach... Ah, jetzt, jetzt hat's geklappt. Ich musste nur einfach auf die andere Seite. Nimm das Soda. Das Soda. Ah. Messe das Soda. Jawohl. Ich schaff das. Oh, herrlich. Ja. Nein. Oh. Ich kühle Far Cry währenddessen eine Runde ab. Nimm die Frucht. Die Frucht. Jawohl. Ich hab's gleich. Oh mein Gott. Oh, ich hab's geschafft. So, jetzt muss ich falten. Aber wie kann man nicht zu Fuß schwimmen? Das wär doch auch mal lustig, so eine Schwimmanimation hier zu haben. Oh, das wär richtig nice. Stattdessen trabt man leicht, während das Pferd schwimmt. Hey, 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 hey. Sag mal, kann man mit den Ponys jetzt eigentlich noch schwimmen bei dem Bug, dass die nicht mehr traben können, sondern das nur noch auf der Stelle machen? Gehen, glaub ich, kann man noch. Ich bin beliebt. Yay. Ja, das bin ich auch mit Abschließen der Quest da geworden. Yay. Oh nein, jetzt streichle ich mein Pferd. Guckt's mal, Leute. Ich streichle mein Pferd. Rein aus Versehen. So, also, was müssen wir denn jetzt alles machen? Oh, die Herzchen. So, passt auf, Leute. Was müssen wir jetzt alles machen? Wir müssen Handtücher... Was müssen wir mit den Handtüchern machen? Die musst du da ablegen, die du gekriegt hast. Finde Handtuch. Ich hab aber kein Handtuch. Doch, im Inventar. So pinke Striche, die du im Inventar hast. Ich schwöre, ich hab keine Handtücher im Inventar. Nicht verarschen? Nee, ich will dich nicht verarschen. Ich hab nur keine Handtücher im Inventar. Ernsthaft nicht? Nein. Guck mal. Ich hab aber keine. Muss ich die irgendwo abholen vielleicht? Nein, die kriegst du von Tim Hooper, wenn du die Quest annimmst. Ja, aber ich... Leute, seht ihr das? Ich habe keine Handtücher. Ich hab nur diese Bälle. So, komm. Verkauft nochmal bitte meinen Ball. Verkauft! Oh, das Bild hier ist gerade so süß. Ich hab so ein Bild mit Far Cry bei dem Boot. Und schmuggelt sich so ein bisschen ins Bild. So am Montagsbild ran. Und dann mit geschlossenen Augen und so totalen Vordergrund. Und verkauft! So, das sind immer die gleichen, die Wasserbälle kaufen. Ja, aber nur an einem Tag sind das die gleichen. Am nächsten Tag sind es dann andere. Ah, okay. So, was mach ich jetzt mit den Badehandtüchern? Ich finde keine Badehandtücher. Ja, da ich die Quest mit den Badehandtüchern nicht machen kann, haben wir jetzt zwar keine Handtücher. Wir haben aber beschlossen, wir chillen jetzt ein bisschen mal wieder unser Leben. Und, ähm, ja, deswegen liegen wir da jetzt so ganz chillig, ne? Und, ähm, hier so. Komm mal auf! Und gucken so ein bisschen den Strand zu. Gehen jetzt dann auch noch ein bisschen schwimmen. Und am Nachmittag wollen wir auch noch shoppen gehen. Und, ja, dann hätte ich gesagt, verabschieden wir uns, äh, von diesem Video und von euch. Und sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus! Tschüss!